Moin Leute und Willkommen zu einer neuen Folge Hofbergmann 1.19 Ich war gerade am PC hier drinnen und habe der Bank das Geld für die Dings gezahlt für den Drescher und der Drescher gehört somit UNS. So, an draußen haben wir abgezahlt, Drescher ist UNS. Nun würde ich sagen, kümmern wir uns mal um ein Väterer ansehen. Das heißt, ab zu sehen. Ich bin kurz erklärt, ich komme mit der Sämechen mit dem Fall, ok? Mach mit euch. Na ja. Ich muss meinen Schlafsack wegkommen vom Zeltlager. Die ist fertig. Die Bahn hoch. Wenn die Bahn hoch fährt, bin ich gerade mit meinem Schlafsack weggepacken. Und mit dem Schlafsack wegkommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Helfer, was machst du hier? Es ist auch kein Mensch, was du hier machst. Ich fahre erst mal abheilen mit dem Trigger. Ich fahre erst mal nicht. Ich fahre erst mal hier stehen. Ich fahre erst mal die Düngerstreue an, fahre ich schon mal düngen. Wir müssen jetzt zweimal düngen und wir haben jetzt gedüngt. Noch gar nicht. Das heißt, wir müssen erst mal düngen fahren. Ich hoffe, da ganz stark aus dem Kaltstreuer noch Dünger drin ist, denn in einem Grund macht die Dings auch zu der Händler. Das sollte erst mal, zumindest einmal zu düngen, hoffentlich reichen. Wir müssen jetzt gucken, ob die Putermaschine wieder mit drin ist. Ich fahre erst mal. Aha. Soll ich kaufen ernsthaft? Okay. 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 Ich brauche schon die Klingel schon mal nicht hier hin. Dann können wir den Käse schon mal hier wieder noch in den Schrank legen. Da haben wir schon die reale Welt voll mit Käse. Das macht nichts. Wir schnappen uns den Kramer. Hänge ich den fest? Oh. Dann. da Greens northverk openly zäurem. Dannラühren wir das schnell ab. komm ja komm schon zieh jetzt zieh doch geht doch geht doch endlich ok war vielleicht ein bisschen eng eingeschlagen aber sonst ist eigentlich gar nicht so schlimm mal vergessen wollte aber egal so auf die zweite tor achtung kiesler jetzt fest ach ich denke vorne fest ok gerade gucken wie geht es denn jetzt kuhweide a wasser migration und wasser und heu brauchen die noch gut ja reicht so ein wasser erstmal noch ein froh heu holen was sollten wir hinkriegen ach so ja genau infall hat er noch die mission hier oben aber ich glaube dreh ich ab weil ich den wirklich mehr nah genommen das ist mir ein bisschen vielleicht möchte ich auch gleich gerne spulen und tun und machen dass ich hier wieder vorwärts komme also auf mein eigenes weiter arbeiten möchte und dann habe ich halt keine bock jetzt noch darum zu kümmern die mission versteht ihr deswegen habe ich jetzt abgebrochen gar gibt viel geld aber ich meine so ist jetzt auch nicht mit dem geld den trecker wieder aufgestellt kriegen den hänger kann man auch abladen muss ich einen niedrigeren schwerpunkt bekommen ja geht doch das geht auch und jetzt noch den hänger wieder aufhängen na geht das so dann fahre ich jetzt mal wieder zum hof wo ich jetzt noch hier erst den weizen einladen und ich stelle unseren trecher mal irgendwo ab bei dem weg kommt ja auch season smart mit raus also ich glaube 24. kam der season smart auf jeden fall mit rein denn mein plan war dann mit season smart zu arbeiten das heißt so ein bisschen mit vorerst machen und so was ein bisschen mehr ja das muss man wieder auch mal in spiel spaß reinkriegen weil man schon das singt halt so langsam runter auf der hofbergmann im moment wieder mega bock auf seo trainer simulator auf dem see habe ich bock drauf weil ich noch aufnehmen möchte jetzt habe ich noch mal gezockt mit andy und vor allem wo ich bock drauf habe ist meine modden modding mapping gedönse so auch bock drauf kann auch weiter machen ich war auf einiges bock aber ich habe es halt gar nicht alles so ein großes problem ja ich hab's auf ferien jetzt aber ich hab's in echt trotzdem noch am start und alles das ist deswegen so viel zeit wie man vielleicht denkt hm ich hab's in kraft eingeblieben so nein hat sie irgendwo gegen die ganze zeit so ich stehe im trocken passt so so langsam bleibt hier stehen habe ich jetzt keinen bock wegzurollen gehen hier fahren wir erstmal hier rüber bleibt so ein wegrand passt so ja nun ist das heu ok wir haben zwei ballen ich wollte eigentlich drei ballen haben aber egal so macht nix passt so gut so ich trage so drüber und kriege den Kühl erstmal ja heu ich habe auch gemerkt dass auf meinem Kanal hier LS19 irgendwie mir am meisten gefeiert wird also wo ich LS19 hochgeland habe kamen genau so viele Aufrufe in kürzerer Zeit auf das spiel wie wo ich LS19 hochgeland habe wo ich LS19 hochgeland habe vermute ich mir das erstmal zu mir gefallen wird von euch als LS19 hochgeland habe deswegen ja ich will es sogar machen dass ihr um 713 hochgeland habt und zwar alle zwei Tage hochladen und das hier mal täglich gucken noch geht noch ins Bett haben die anderen Kühe genug Futter noch? ja ja noch genug Ich werde mal mehr verkaufen. Mein Hof umliegt mal, muss ich mal aufrufen an dem Tier. Aber naja, macht nichts, wir gehen jetzt ins Bettchen. Ne, erstmal verkaufen wir Fettchen, dann gehen wir schlafen. Schwer. Verkauft und fertig. So, nun gehen wir ins Bett und schlafen mal 8 Stunden. Schauen wir mal wie schön das aussieht. Guten Morgen Leute, bin ich müde. Ich werde jetzt Regen gemeldet. Uiuiui. Ich meine Regen, uiuiuiui. Uiuiuiuiuiui. Unkraut. Wie. Ich habe einfach ne Version der Met drauf genommen. Habe ich das? Ja, habe ich. Glaube ich, hoffentlich. So, ich würde sagen, wir gucken mal bei den Tieren vorbei auf der Statistikkarte. Okay, das ist voll. 4500 Liter Milch. 4000 Liter Milch. Nicht wenig. Nicht wenig. Eier haben sie produziert, wie schön. Na ja, ich würde sagen, wir machen die Fackeln nicht lange. Wir springen mal in unseren Dünger Kfz. So. 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 und schau einmal die halbe Betankung bei Dünger an. Bisschen teurer, aber egal. Wenn wir schmeißen uns hier in das Wägelchen, fangen wir die Milch drüben an den Kühen. Die Milch brauchen wir auch noch schließlich und dann werden wir auch verkaufen. Ich verkaufe dann für den Käse Nutzen, dann bringen wir das auch für die Milch. Ich habe sogar überlegt, dass wir die Butter hier vorne produzieren, direkt am Hofladen. Ich habe ein bisschen überlegen, was das sogar machen. Ob das ein bisschen mehr Sinn gibt, soll ich Freunde produzieren. Aber wir können erst noch ein bisschen Käse produzieren und dann Butter und tun wir machen. Ich würde sagen, fangen wir erstmal die Käsesachen holen, äh, erstmal Milch holen für den Käse. Gut, da brauchen wir noch nicht ganz so viel Milch. Haben so viel Käse, kann so viel Geld zusammenkommen hoffentlich. Das ist gleich noch hier drin, füllen nachher den Käse, äh, für die Milch, äh, Käse für die Milch, genau, für die Butter. Und deshalb fahre ich einmal eben ab hier rüber, um das Ding zu produzieren. Um, ja, Käse zu produzieren. Das ist gleich. So liebe Leute, aber ich würde sagen, morgen, vor allem meinen ganzen Käse hier, diesen ganzen Käse runter zum Verkaufsraum. Ich würde sagen, macht's liebe Leute, bis morgen und ciao, ciao.